Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Mein Name ist Broken und dies ist die Folge 100 von meinen Let's Plays von World of Tanks. Ich habe mir lange Zeit Gedanken gemacht. Wie ihr schon hört und auch seht, ist es keine reguläre Folge. Fällt mir sehr schwer diesen Schritt zu gehen, aber ich glaube, es ist immer am besten aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Und da es momentan, denke ich, wenn ich auf dem Höhepunkt bin meiner World of Tanks Karriere, sagen wir mal von den Let's Plays her, ist es vielleicht am besten, gerade jetzt aufzuhören, anstatt dass nachher keiner mehr guckt und ich umsonst das Ganze mache. Ja, ich möchte es kurz und schmerzlos eigentlich machen, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen möchte ich mich eigentlich nur bei allen bedanken für die große und tolle Unterstützung. Und der Kanal Broken2568 wird noch weiterlaufen. Es wird da zwar kein World of Tanks mehr geben, aber sagen ich mal, ich möchte andere Let's Plays, ich habe jetzt noch einen Autobahnsimulator, ich möchte noch ein paar Bollywood-Filme Let's Plays, oder ich habe noch ein Brettspiel. Mensch ärgere dich nicht auf hart, würde ich auch noch gerne durchspielen und Let's Plays, gucken wir mal. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute, falls wir uns nie mehr sehen sollten. Gutes Leben, gute Runden in World of Tanks, geht auch mal in die frische Luft. Ihr hört es zum letzten Mal, bis zum nächsten Mal. Gute Leben, gute Runden in World of Tanks, geht auch mal in die frische Luft Eure die Friedrich торkeischen Runders, geht auch los mit Everybody Polsce, das Wort für Kultip hin zu Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von World of Tanks. Mein Name ist Broken und ich spiele hier die Folge 100. Ja, vorne dran, das Gedöns ist als kleine Rache für diejenigen, die die ganze Zeit hier die Franzosen geliked haben und so. Ja, legt euch nicht mit dem Broken an, das geht ganz schön ins Auge, Jungs. So, aber wie ihr seht, ich kommentiere hier das Spiel ein bisschen nach, das ist aufgezeichnet. Ich möchte nämlich die Folge 100 trotzdem benutzen, um ein bisschen was zu erzählen, um ein paar Neuigkeiten zu erzählen oder Infos rauszuknallen. Ja, also, aber im Hintergrund läuft halt ein normales Spiel von mir. Das war mit meiner IS-8, schönes Ding übrigens. Ja, das ist der einzige Skin, den ich glaube ich jetzt noch drauf habe. Alle anderen habe ich schon ersetzt. Genau. So, und zwar möchte ich sagen, 100 Folgen, Let's Play, es ist ja auf jeden Fall vorzeigbar, würde ich mal sagen. Ist ja jetzt nicht so ganz übel. Im Endeffekt ist es aber euer Verdienst, ja. Wenn ihr jetzt mir nicht so eine tolle Unterstützung gegeben hättet und halt, sage ich mal, auch viele Tipps gegeben hättet und alles, wäre 100 Folgen wahrscheinlich überhaupt nicht zustande gekommen. Danke dafür und eine gute Community, kann auch kein Let's Player lange Let's Plays machen. Das wisst ihr, ist genauso gut wie ich. Und deswegen widme ich auch dieses Video komplett an alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich auch großartig unterstützt haben in der ganzen Zeit. Ist ja jetzt doch schon ein paar Monate, wo ich das Ganze mache. Ja, und anstatt jetzt irgendwie, ne, irgendeine Gedöns rauszukloppen, dann habe ich mal gedacht, erstmal muss ich euch natürlich mal noch eine reinwirken, wegen den Franzosenvideos. Bin auch mal gespannt, wie viel jetzt das überhaupt geschnallt hat, dass das nicht stimmt, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe eine leichte Vermutung, dass ganz viele die Videos überhaupt gar nicht richtig gucken. Ja, wird man damit dann mal sehen. Auf jeden Fall möchte ich euch ein bisschen was zurückgeben. Und ein bisschen mehr Achtung, World of Tanks, das Gesamtpaket auf meinem Kanal ein bisschen ausbauen. Und da wäre zum Beispiel, als allererstes werde ich Turniere veranstalten. Die Regeln dafür werden auf Facebook landen. Ganz einfach dafür, dass ich auf Facebook von überall drauf zugreifen kann, falls es mal nicht klappen sollte, wenn ich einen Termin abends reinknalle, für ein Turnier zu veranstalten. Deswegen wird das von Anfang an auf Facebook laufen. Die Regeln würden dann sein, beziehungsweise ich werde die Regeln festlegen, wenn ihr keinen Bock auf diese Geschichte habt. Macht einfach nicht mit. Wenn ihr sagt, das doch gefällt mir, meldet euch einfach an. Es wird noch natürlich ein extra Video dazu kommen, wie das Ganze funktioniert und natürlich, was wir spielen. Es wird überwiegend sein, dass 15 Mann gegen mich spielen. Es wird eine Rangliste geben und mal gucken, was am Schluss dabei rauskommt. Ob ich was verlose oder der Erstplatzierte ein Let's Play Together bekommt oder irgendwas. Weiß ich noch nicht so genau. Erst mal gucken, wie das Turnier ankommt. Als erstes wird auf jeden Fall mal sein, dass ihr mit 15 Mann gegen mich spielt. Und die genauen Regeln würde ich dann bei Facebook festhalten. Und wieder mal, wer mitmachen will, der tut automatisch auch die Regeln anerkennen. Wenn er nicht mitmachen will, weil er sagt, das gefällt mir nicht, der soll einfach warten, bis das nächste kommt. So einfach ist das. Finde ich nicht kompliziert. So, das Zweite. Ich schieße gerade, glaube ich, ein Ami weg, gell? Ach, das gefällt mir nicht. Ach, ein Ami kaputschi ist immer schön, sag. Das Zweite ist, ähm, was ich gerne machen würde, ist die Let's Talk About Reihe wieder weiter. Ich habe seit kurzem wieder sehr viele Anfragen. Ich würde es aber jetzt neu gestalten. Ich würde, glaube ich, jeden Panzer, den ihr sagt, dem man mal Let's Talken soll, würde ich auch Let's Talken. Aber nicht nur alleine, sondern ich denke auch mithilfe von euch. Also, ich würde auch, ähm, wieder Aufrufe starten, wenn jetzt zum Beispiel jemand, ich sage jetzt zum Beispiel, jetzt sehen wir gerade die IS-8, Let's Talk about über den IS-8. Wenn jemand sagt, ey, Broken, ey, ich kann super viel über den IS-8 erzählen, da lade ich den ein, ins TS, höre mal mit dem seine Stimme an. Wenn der da dichter rumquiekt wie kein Mensch oder versteht er, dann lassen wir das. Und wenn er ganz sympathisch ist und er auch was erzählen hat über den IS-8, was interessant ist, mache ich mit dem Let's Talk about. Und so will ich eigentlich alle Panzer soweit abdecken, die interessant sind. Ja? Und hat auch jeder die Möglichkeit, im Endeffekt mit dem Let's Talk about mitzumachen. Soll eine schöne Sammlung werden, wo jeder dann was dazu beitragen kann. Ähm, ich werde auch bei jedem Let's Talk about dabei sein. Ich werde so Fragen stellen. Und es soll eigentlich die wichtigsten Fragen werden. Also, es wird jetzt kein Let's Talk about von 20 Minuten, sondern ein paar Minuten die wichtigsten Infos. Jo, also, was haben wir Turnier? Was haben wir da noch? Dann haben wir das Let's Talk about, genau. Dann würde ich noch in Zukunft, ähm, den etwas, sagen wir mal, Die Jungs, die gerne Let's Plays machen würden, trauen sich nicht oder haben das Equipment nicht dafür. Möchte ich noch ein bisschen an die Arme greifen und werde, ähm, Let's Plays von mir hochladen, die nicht kommentiert sind. Ich werde im Programm alles dazu machen, was ihr braucht. Und dann könnt ihr dieses Let's Play selbst kommentieren. Ja, das ist nur für euch. Das ist nicht für, was weiß ich, ne, irgendwie hier als Wettbewerb oder sonst was. Das ist nur für euch. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, habt ihr aber nicht die Möglichkeiten dazu, bekommt ihr ein Let's Play von mir mit einem Panzer. Ihr könnt das so kommentieren, wie ihr wollt. Könnt es auch als Antwort erstellen unter einem Video, ähm, dass die Community das ein bisschen bewerten kann vielleicht, wie ihr das gemacht habt. Oder ihr zeigt es der Freundin, eurer Familie, der Eltern oder was weiß ich. Ist nur für euch ein bisschen an die Arme zu greifen. So, und apropos unter die Arme greifen, dann kommt noch der vierte Punkt dazu, was ich mache, weil es in letzter Zeit echt sehr häufig vorkommt. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich mache es jetzt auf ganz einfach. Wenn ich noch die Woche dazu komme, soll es auch die Woche noch kommen. Und zwar, habe ich das schon mal im Video angekündigt, ich werde meinen Mod-Ordner, also beziehungsweise meinen 7.5er-Ordner jetzt, das ist ja der Mod-Ordner, zum Download bereitstellen. Ihr könnt den einfach downloaden, der wird auch virenfrei sein, der ist genauso wie bei mir, der funktioniert auch hundertprozentig. Das, was ihr im Let's Play seht, seht ihr auch genau so dann bei euch im Spiel. Ja, es ist auch nichts Überrissenes drin, was viel Arbeitsspeicher oder sonst was kostet. Oder für schwache Rechner zu stark ist, ist es eigentlich ein ganz leichtes Paket. Wird auch vielleicht mit der Zeit noch ein paar Alternativen dazu machen, wie zum Beispiel Treffer-Zonen-Skins für Rechner, die ein bisschen schwach auf der Brust sind. Genauso Treffer-Zonen-Skins für Rechner, die halt ordentlich Power haben. Könnt ihr dann alles so downloaden, wie ihr es braucht. Und wenn es nicht funktioniert, kopiert es einfach wieder in euren Ordner rein. Und dann habt ihr wieder einen ganz sauberen Mod-Ordner. Das, also meinen sozusagen. Ich gucke mal, dass ich das Video die Woche noch fertig bekomme. Und den Download dann auch noch. Und, äh, ja. Da könnt ihr dann schön downloaden und ein bisschen rumfummeln. Und Skins austauschen, wie ihr wollt. Mods austauschen. Wenn es nicht klappt, kopiert ihr das Ding einfach wieder neu rein. Weil ich glaube, die meisten haben einfach nur Angst, sich das Spiel zu zerschießen. Weil eigentlich ist es ja sehr einfach. Und es gibt schon viele Hilfs, äh, Videos und etc. Und in der Beschreibung habe ich auch genau geschrieben, beziehungsweise Links dazu gemacht, die mir geholfen haben, das Ganze ein bisschen zu schnallen. Ja, aber, anscheinend haben wir noch ein paar bisschen Angst da drin, um sich was kaputt zu machen. Kein Problem. Broken gibt euch den Broken-Ordner komplett zum Download. Sobald ich was ändere, kommt auch was Neues rein. Die Alternativen bleiben trotzdem bestehen. Also jetzt zum Beispiel das, was ihr jetzt die letzten 100 Folgen gesehen habt. Oder die letzten 30 Folgen, sag ich mal. Ähm, das werde ich als alter Download noch bereitstellen. Und ich habe jetzt auch noch, außer mein blaues Visier, habe ich sonst alles geändert an Skins. Und der GS8 hat, glaube ich, auch noch sein selbes Kind drauf. Ja, ansonsten ändere ich da immer regelmäßig wieder alles. Und kommt auch in den Ordner rein. Jetzt habe ich ein bisschen viel drum rum gebabbelt, weil ich bin jetzt gerade am gucken, dass ich den komisch Franzosen hier noch spiele. Dann habe ich eigentlich nur mal gespielt, weil ich mal gucken wollte, wie es ist, wenn ich mich nicht aufrege und hier muss spielen. Ich muss sagen, das Ding gefällt mir gar nicht. Das ist so ein richtiger... Obwohl er jetzt hier nicht schlecht ist, aber... Naja. Ihr wisst es ja. Ist nicht so mein... Nicht so meins. Okay, da würde ich sagen, genieß noch die letzten paar Minuten mit diesem Panzer. Ich würde, ich sage mal, noch mal recht herzlichen Dank an alle, die mich unterstützt haben. Mal gucken, wie viele Let's Plays ich noch zustande bekomme. Solange es noch mal Spaß macht und euch Spaß macht, würde ich noch weitermachen. Jo, ich denke, man sieht sich. Und ich hoffe, ihr habt... Macht auch mit bei meinem Turnier. Wird bald veröffentlicht. Keine Angst. Okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich mal das Kabel um den Finger gewickelt. Ach du Scheiße. Das wäre eine Scheiße hier. Gut. Tschüss. Das wäre eineinigen. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018